Servus, ich bin Luis Häusler, 22 Jahre alt und willkommen zu meiner Bewerbung für Step Moses Wild Staffel 3. Yo Fritz, du meintest ja, dass man etwas Neues machen soll, was man noch nie zuvor gemacht hat. Und da kam mir direkt eine Idee, denn ich bin noch nie im Fels hochgeglättert. Ich war zwar schon mal bouldern, eher kläglich gescheitert, aber ich würde sagen, das ist doch eine coole Challenge für die Bewerbung für Step Moses Wilds. Ich muss hier nur schnell den Hügel runterlaufen. Also dafür, weil ich keine Erfahrung habe, habe ich mir zwei Kollegen geschnappt, die mir heute das Lettern beibringen werden. Er hat noch nie geklettert, wir haben ein bisschen Erfahrung, würde ich sagen. Da geht es dann nachher hoch. Genau, wir machen das Ganze nur im Top Rope, das heißt, er steigt praktisch am Seil, was schon oben hängt. Das ist jetzt nicht sonderlich schwer, es ist aber trotzdem wichtig, dass er ein paar Sicherheitsgrundeinweisungen kriegt und so weiter, damit er dann ja, der euch oben denkt, er macht seinen Knoten auf, so, weil ihm irgendwie zu eng ist oder so. Sondern, ja, genau, er kriegt klare Sicherheitsanweisungen und dann macht er das ganze Ding. So, gut. Das kriegst du von mir auch noch? Was ist das? Wir haben eine Challenge. Pass auf, ganz einfach, du hast diese zwei Sachen. Du hast einen Paracord und du hast einen sehr kleinen, sehr kleinen Klemmgeil. Es geht jetzt darum, du steigst nachher im Top Rope hoch und du suchst dir an irgendeinem Punkt die Möglichkeit, dich selbst damit oder damit zu sichern und dir in Stand zu bauen. Und den musst du mindestens 10 Sekunden belasten. Falls er reißen sollte, bist du immer noch im Top Rope. Das heißt, es passiert gar nichts, aber das ist einfach so für den Gag, würde ich sagen, ganz geil. Ja, okay. Dann so. Und dann so. Tadaaa. Ich möchte auch kurz noch mal einhaken, bevor ich losklettere, dass ihr das nicht alleine machen solltet. Sucht euch Profis oder geht selber einen Kletterkurs machen, aber macht es auf keinen Fall alleine. Es ist viel zu gefährlich. Und denkt immer daran, don't do stupid shit. Und ich habe eine Sache vergessen zu erwähnen. Ich muss die ganze Sache barfuß machen, weil ich keine Kletterschuhe habe. Das ist ein Seil dran. Und ich würde sagen, ich stelle mich mal richtig vor, wenn ich oben angekommen bin. Let's go. Yes, komm, 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 den hast du noch. Der linke hat das Zuch, das Ecker. Ja. 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 Warte, ganz kurz. Gib mir eine Sekunde. Also ich würde ja gerne sagen, dass ich schon viel geschafft habe, aber... Ich bin vielleicht gerade zwei Meter vom Boden weg. Und bin schon K.O. Cool. Und jetzt versuche ich mal, ob ich hier irgendwo meine Challenge machen kann. Scheiße. Bisschen Zeit. Zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Oh. Oh. Oh, yeah. Schön. Zack, ja. Da oben geht in der Arsch. Let's go. So habe ich mich gerade gesichert. Zehn Sekunden lang. Oh. Oh. So. Ah. 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 Also ich will ja nur mal kurz anmerken, was das für eine Scheiße hier ist. Barfuß hoch zu gehen. let's go zu mein eier fritz für dich noch mal eine schöne aufnahme von meinen füßen sehr schön ordentlich gebumst so ich habe noch mal einen geeigneten spot ausgesucht hier bisschen am abhängen um mich vorzustellen wie bereits gesagt ich bin luis häusler 22 jahre alt und komme aus baden württemberg um genau zu sein aus der nähe von ulm tatsächlich habe ich gar nicht so viel autoerfahrung muss ich ehrlicherweise sagen klar ich gehe regelmäßig wandern und liebe es auch tatsächlich an meine grenzen zu gehen wenn die beine wehtun und einfach alles scheiße ist aber ich liebe es keine ahnung und ich habe einfach diesen abenteuer drang in mir ich mache oft irgendeine scheiße wenn ich da irgendeinen berg sehe ich gehe da hoch wenn ich irgendwie einen baum sehe wo ich hochklettern kann ich klette hoch und ich glaube das selbe muss es wild wäre einfach die gelegenheit mal wirklich mir selbst zu beweisen was ich wirklich drauf habe weil ich würde behaupten ich würde 40 tage durchhalten was aber natürlich die realität ist weiß keiner es kann sein ich halt zwei tage durch kann ich halt fünf tage durch kann sein ich halt 14 tage durch und denkt mir nach 14 tage das war ja viel zu einfach klar ist irgendwie alles möglich und genau um das herauszufinden will ich mich bei sehr muss soweit bewerben ich mache allgemein sehr viel sport ich gehe joggen ins fitnessstudio und auch öfters mal basketball spielen und sowas zu meinen hobbys gehört wandern wie bereits gesagt seit neuesten auch fotografie jetzt seit gutem jahr sei es stadtfotografie oder auch in der natur tiere und ich muss auch ehrlich sagen seitdem ich gehört habe dass es selbst das wild in kanada und alaska stattfindet war ich absolut gehypt so weil seit ein paar jahren verfolge ich meline ellwanger das ist eine fotografin die auch sehr viele fotos in kanada und alaska gemacht hat und es sieht einfach so absolut traumhaft aus und diese diese natur ja und dann habe ich nicht mehr viel zu sagen ich bedanke mich fürs zuschauen ich bedanke mich für die chance bei fritz überhaupt an so einem geilen projekt teilnehmen zu können oder die chance darauf zu haben teilzunehmen und vor allem ein großes dank geht an meine zwei freunde adi und tobi dass sie mir das ermöglicht haben heute ja dann sehen wir uns vielleicht bald ciao